Texteinblender erscheinen. Bist du behindernd? Es ist eine Autowerkstatt zu sehen. Ein junger Mann mit Down-Syndrom betritt die Werkstatt. Er stellt sich an ein Autoteil und schaut es sich an. Ein Mitarbeiter der Werkstatt kommt dazu. Na, richtig cool, oder? Jupp, jetzt eigentlich lieber. Wow, du kennst dich ja super aus. Lernst du sowas auch drüben bei euch in der Werkstatt? Der Mitarbeiter zeigt nach draußen. Es ist eine Werkstatt für behinderte Menschen zu sehen. Es ist wieder die Werkstatt mit den beiden Männern zu sehen. Eine Tür öffnet sich und eine Frau kommt dazu. Hey Julius, schön, dass du da bist. Hi. Olli, das ist unser neuer Kollege, das ist Julius. Autoteile, Werkzeuge, überhaupt gar kein Thema für ihn. Zeigst du ihm mal den Rest? Ja, klar, Chefin. Wünsche ich euch viel Spaß? Na dann, kommt nochmal mit. Der Mitarbeiter und der junge Mann verlassen die Werkstatt. Texteinblender erscheinen. Zeig uns dein barrierefreies NRW auf www.bist-du-behindernd.de Es ist ein Kühlschrank mit Getränken zu sehen. Der Mitarbeiter nimmt zwei Flaschen heraus. Er öffnet beide Flaschen und gibt eine dem jungen Mann. Voll viel Getränke, was kosten die? Die sind alle inklusive. Cool. Sie stoßen an. So geht vielfalt. Blender auf schwarz. Abspann. Junger Mann, gespielt von Julius Tole. Mitarbeiter, gespielt von Oliver Schneider. Chefin, gespielt von Anke Kuhlenkapp. Besonderer Dank an Daniel Weimfor und Sebastian Kelle von Motovation, Familie Tole und Jannik Wilhelm. Filmproduktion Minti Studio www.mint-t.de Ein Film im Auftrag von KSL NRW